Baltimore, Maryland, 15. März, 14.10 Uhr Der Anblick ihrer Freundin beruhigte Stevie sofort. Ihre Sorge, ihr Zorn und ihre Traurigkeit waren noch da, aber sehr viel gedämpfter, erträglich. Emma Emma wandte den Kopf und ein strahlendes Lächeln erblühte auf ihrem Gesicht, als sie sich erhob und ihr die Arme entgegenstreckte. Stevie. Stevie drückte sie fest an sich. Von der Größe her passten die beiden hervorragend zueinander. In jeder anderen Hinsicht waren sie diametral verschieden. Emma war ganz Mädchen, liebte Kleider, Make-up und Schmuck, während Stevie sich in Jeans und T-Shirt und der Waffe im Schulterholster am wohlsten fühlte. Emma war Akademikerin und hatte schon mehrere Bücher veröffentlicht. Stevie konnte meist nie lange genug stillsitzen, um ein Buch zu lesen. Eine bemerkenswerte Ausnahme war Emmas Buch Mundgerecht, das von Traumabewältigung handelte. Stevie hatte es wieder und wieder gelesen, bis die Worte in ihrem Kopf lauter waren als das Gebrüll der Einsamkeit. Mundgerecht hatte Stevie geholfen, die unbeschreibliche Trauer des 15. März zu ertragen. Damals hatte Stevie nicht geglaubt, dass sie diesen Tag überleben könnte. Und wäre nicht das Baby gewesen, das in ihrem Bauch herangewachsen war, dann hätte sie das vielleicht auch nicht. Cordelia hatte ihr Grund gegeben, am Leben zu bleiben. Emma hatte ihr dabei geholfen, die richtige Methode dafür zu finden. Und so war sie einen Tag nach dem anderen angegangen. Man kann sogar einen Elefanten essen, wenn man immer ein Häppchen nach dem anderen zu sich nimmt, sagte Emma gerne. Ich bin so froh, dass du hier bist, flüsterte Emma eindringlich. Ich habe die Schießerei vom Dezember im Fernsehen gesehen und hatte solche Angst. Bist du in Ordnung? Wirklich in Ordnung? An manchen Tagen mehr als an anderen. Stevie machte sich los und stützte sich schwer auf den Stock, um das Gleichgewicht zu bewahren. Aber ich bin immer noch hier. Und dafür bin ich verdammt dankbar. Beide Frauen nahmen Platz. Ich hoffe nur, ich habe mit meiner Bitte, unsere Verabredung vorzuverlegen, bei dir nicht alles durcheinander gebracht. Aber ich habe Christopher versprochen, pünktlich bei dem Symposium in Vegas zu erscheinen, um seine Rede zu hören. Ich muss um halb fünf am Flughafen sein. Izzy bringt Cordelia zum Ballett. Daher bin ich flexibel. Emma beugte sich vor. Und? Wie geht es ihr? Hilft die Therapie? Ich denke schon. Sie geht einmal, manchmal auch zweimal wöchentlich hin. Ihre Albträume werden seltener. Vielleicht würde ihr einen Tapetenwechsel guttun. Wie wäre es, wenn wir beide demnächst nach Florida kämen, um dich und die Jungs zu besuchen? Wie geht es den beiden überhaupt? Genau wie Paul und Paulie war Emmas erster Mann Will bei einem Raubüberfall in einem Supermarkt getötet worden. Es war diese gemeinsame Erfahrung, die Emma und Stevie ursprünglich dazu gebracht hatte, sich zu treffen. Doch anders als Stevie hatte Emma es geschafft, ein neues Kapitel ihres Lebens aufzuschlagen und ihren Highschool-Freund Christopher zu heiraten, mit dem sie inzwischen zwei wundervolle Söhne hatte. Stevie freute sich sehr für sie, obwohl sie sie auch um ihr Glück beneidete. Die Kellnerin unterbrach, um ihre Bestellungen aufzunehmen. Sie teilten ihr ihre Wünsche mit, ohne auch nur auf die Karte zu sehen. Was einer der Vorteile war, wenn man jedes Jahr dasselbe Restaurant besuchte. Emma setzte wieder an, als die Kellnerin weg war. Die Großeltern fahren mit den Jungs nach Disney World. Und Christopher und ich dürfen derweil einen Trip nach Vegas unternehmen. Allein. Ohne Kinder. Er holt sich seine Chemiedröhnung tagsüber auf dem Symposium und ich mir meine am Abend. Ihre Augen funkelten verschmitzt. Du könntest mitfahren und ich verkupple dich mit einem von Chris' Freunden. Stevie knifft die Augen zusammen. Fang gar nicht erst so an, Emma. Ernsthaft, ich will nicht verkuppelt werden. Schon gut, schon gut. Emma hob ergeben die Hände. Ich dachte ja bloß, dass du vielleicht offen für jemand Neuen wärst, jetzt, wo das mit diesen Privatermittlern nichts wird. Stevie sah sie verblüfft an. Clay Maynard. Sofort brach eine Flut von Erinnerungen über sie herein. Woher weißt du davon? fragte sie, sorgsam darauf bedacht, ihre Verstimmung nicht zu zeigen. Emma verzog das Gesicht. Dein Bruder hat mir erzählt, dass es im Krankenhaus zum Bruch gekommen ist. Warte nur, Sorin. Dir trete ich in den Hintern. Ihr Zwillingsbruder war schlimmer als ein Waschweib. Zwischen uns war nichts, was mit einem Bruch hätte beendet werden können, was immer man dir erzählt hat, sagte Stevie, und das war die Wahrheit. Wir haben uns kein einziges Mal verabredet, und er hat mich einmal im Krankenhaus geküsst, das war alles. Er lungerte in meinem Zimmer herum wie ein streunender Hund. Deswegen habe ich die Leine abgemacht und ihn laufen lassen. Und das grober, als es nötig gewesen wäre. Aber sie hatte nicht riskieren wollen, dass er weiterhin hoffte. Das wäre einfach nicht fair gewesen. Wem gegenüber? Ihm? Oder dir? Emma betrachtete sie eingehend, und in Stevie wuchs der Verdacht, dass ihre Fassade nicht so überzeugend wirkte, wie sie dachte. Und warum hast du ihn laufen lassen? War er unfreundlich zu dir? Ist er unattraktiv? Unattraktiv. Grundgütiger, nein. Stevies Herzschlag stolperte jedes Mal, wenn sie an ihn dachte. Groß. Dunkel. Stark. Sein Gesicht war... Schön. Sein Herz voller Ehrgefühl. Unfreundlich. Oh nein. Eher war das Gegenteil der Fall. Er war zu freundlich. Zu mitfühlend. Und zu geduldig. Er würde ewig auf sie warten, wenn sie es zuließe. Aber das konnte sie nicht. Er hatte es verdient, etwas Gutes aus seinem Leben zu machen. Vor allem mehr, als sie ihm geben konnte. Bitte. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Nicht ausgerechnet heute. Okay. Doch Emma sah nicht so aus, als würde sie es dabei belassen. Sag mal, auch Cordelia hat doch Frühlingsferien, oder? Wie wäre es denn, wenn du dir zwei Tickets nach Orlando für heute Abend kaufst? Ich fliege nach Vegas, bleibe bei Christopher, bis er seine wichtige Rede gehalten hat, und fliege dann morgen nach Florida zurück. Du könntest dir einfach eine schöne Zeit mit Cordelia machen, anstatt an alten Fällen zu arbeiten, während du eigentlich wieder zu Kräften kommen sollst. Stevie sah sie wütend an. Das ist nicht dein Problem. Emmas Augen blitzten auf. Von wegen. Was ist denn, wenn der nächste Spinner erfolgreich ist? Gestern hast du Glück gehabt. Was, wenn die nächste Kugel trifft und dein Privatdetektiv nicht schnell genug bei dir sein kann, um dich zu retten? Weil du ihn einfach weggeschickt hast. Nur mit größter Mühe kämpfte Stevie ihren Zorn nieder. Hatten ihr Bruder und Emma das gemeinsam geplant? Mir ist nicht ganz klar, wieso du diesen Todeswunsch hegst, Stevie. Aber wenn du weiterhin in den alten Fällen herumstocherst, dann könnte er sich bald erfüllen. Irgendwann wird dich jemand erstechen, erschießen oder deinen Wagen in die Luft jagen, wenn du gerade eingestiegen bist. Und wenn du deinem Sterben liegst? Emmas Augen füllten sich mit Tränen. Dann wünschst du dir vielleicht, du hättest diesen Privatdetektiv nicht in die Wüste geschickt. Stevie verbiss sich den Sturm der Worte, die sie niemals würde zurücknehmen können. Ich muss mal eben zur Toilette. Sie brauchte einen Moment Ruhe, um ihren Jähzorn einzudämmen, der mit jedem Tag mehr Macht zu erhalten schien. Eilig sprang sie auf die Füße, packte ihren Stock und fuhr herum, nur um frontal mit der Kellnerin zusammenzustoßen, deren Tablett schwer mit Trinkgläsern beladen war. Als sie und die Kellnerin in einem Getöse aus schepperndem Metall und berstendem Glas zu Boden gingen, hörte Stevie Schreie. Und Emmas Stimme, die ihren Namen rief. Stevie rappelte sich auf Knie und Hände hoch, um zu sehen, wie es der Kellnerin ging. Die Frau lag in den Scherben auf dem Rücken und starrte an die Decke. Ohne zu blinzeln. Aus ihrer Schläfe sprudelte Blut. Aber das ergab keinen Sinn. Es handelte sich doch nur um ein paar zerbrochene Weingläser. Stevie richtete sich auf, um nach den Servietten auf dem Tisch zu greifen und die Blutung zu stoppen. Und er starrte. Das Fenster, an dem sie gesessen hatte, war zersprungen. Und Emma war fort. Emma! Ich bin hier. Hinter dir. Emma kniete bei der Frau, die am Tisch neben ihnen gesessen hatte. Nun lag sie, genau wie die Kellnerin, am Boden. Emma presste zwei Finger auf ihren Puls am Hals. Alle auf den Boden und unten bleiben, rief Stevie laut, während sie ihr Handy hervorholte und die 9-11 eingab. Hier spricht Detective Mazzetti. Mordabteilung. Schüsse im Haberhaus-Restaurant. Zwei Opfer. Eine weiße Frau um die 50. Schusswunde in der Brust. Sie tastete nach dem Puls der Kellnerin und fand keinen. Das zweite Opfer ist ebenfalls weiß. Weiblich. Ungefähr 25. Kopfschuss. Nun, da sie genauer hinsah, entdeckte sie, dass der Hinterkopf der Frau fort war. Sie war definitiv tot. Sie kroch zum Fenster und spähte über den Sims, während sie den Eintrittswinkel einzuschätzen versuchte. Der Schuss könnte vom Dach des Hauses gegenüber abgefeuert worden sein, sagte sie der Zentrale. Stevie blickte auf ihren Arm herab. Ihr Pullover war mit Blut getränkt und... Autsch! Es brannte höllisch. Aber es war nicht schlimm. Sie hatte schon weit Schlimmeres eingesteckt. Bitte fordern Sie Detective J.D. Fitzpatrick und Lieutenant Peter Hyatt an. Stevie holte Tiefluft. Ihr Partner und ihr Chef würden ihr dabei helfen, dies hier zu begreifen. Obwohl sie es im Grunde bereits tat. Gestern hat man auf mich geschossen. Heute wieder. Stevie klammerte sich verzweifelt an ihre ruhige Fassade. Man hat versucht, mich umzubringen und stattdessen zwei andere umgebracht. In meiner Nähe ist keiner mehr sicher. In ein, zwei Minuten ist Hilfe da, sagte sie zu Emma, die nun diejenige war, die die Stoffservietten auf die Brust der Frau drückte. Emma wandte den Kopf und begegnete Stevies Blick. Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, sie ist tot.